Intensiv workout mit mir. Alles was du heute brauchst als Miniband, falls du zuhause hast, ein bisschen Gewicht, Kurzhantel oder Wasserflaschen und eine Matte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Fangen wir an, öffne die Füße, sie sind leicht nach außen, deine Knie sind leicht gebeugt, kreis die Schultern, hoch zum Ohren, lass die Arme locken, zieh die Schulterblätter zusammen, große Kreise, durchatmen, die Arme im Wechsel kreisen, lass die Arme gesteckt, streck die Finger, durchatmen, blick nach vorne, bleib, acht mehr, sieben, sechs, fünf noch, vier, wieder ein, zweimal, öffne die Arme, schließen, zieh die Schulterblätter zusammen, Brustbein nach vorne drücken, öffne, deine Knie sind leicht gebeugt, streck die Arme, streck die Finger, acht, sieben, sechs, fünf noch, vier, drei, zweimal, acht, kreis die Hände, kreis die Arme hoch, zurück, mach dich groß, strecken, auf die Schüsse, schau nach oben, die letzte, acht, sieben, sechs, fünf noch, vier, drei, zweimal, kreis die Hände, bring die Hände auf die Oberschenke ab, dein Rücken ist rund, schau nach vorne, atme aus, zieh ein, beugen, strecken, mobilisier deine Febensorte, vier noch, rund, dreimal, zweimal, letztes Mal, acht, kipp die Arme hoch, folg deine Knie, tief, tief, hoch, setz dich, lass die Felsen, lass die Felsen unten, schön gerade rücken, rück die Knie nach aus, mach den Bewegenden grüßen, acht, komm hoch, sieben, durchatmen, sechs, Felsen auf, super, tiefer mit dem Po, jawohl, hopp, vier noch, drei, lange Arm, zweimal, letztes Mal, öffre die Füße, Step by Step, deine Knie sind leicht geworden, kipp die Felsen, lass die Schulter zu, sehr gut, mehr Bauchspannung, Achtung, die Arme dazu, schieb nach vorne, strecken, Rumpflotation, lange Arm, komm tiefer, schau nach vorne, schieb die Arme zurück, hoch, lang, mach dich kross, vier noch, drei, zweimal, in die Mitte bleibt, das Knie beugen, strecken, vor nach hinten, schieb das Knie nach außen, und flieb nach vorne, bleib, komm tiefer, jawohl, vier, drei, zwei, Hände zum Knie, Oberkörper fest, Beuch, strecken, mach deinen Bewegenden plus, streck die Arme bis, jawohl, das ist noch andere, Achtung, komm eine Tage tiefer zum Fuß, Tap, Tap, Beuch, strecken, schau nach vorne, Popo, tiefer Arten, komm, dein Rücken immer noch gerade, komm nach rechts, Federn, halten, fest in der Luft, halte die Spannung, ganz aus der Bewegung, streck dein Rücken, rechte Hand, auf den Oberschenkel bleiben, vor das Bein strecken, komm tiefer, Zehne, Spitz geht hoch, das Hintrücken leicht beugen, strecken, dehnen, Bauchnabel an, komm tiefer, nochmal, vier, und strecken, drei, Bein dehnen, zweimal, Fuß anziehen, letztes Mal, komm in die Mitte, Achtung, Boden katschen, jawohl, streck die Arme weit zu dicken, Tap, tap, gerade rücken, lass die mehr nach außen rücken, nochmal, acht, sieben, sechs, fünf, mehr, vier, drei, zwei, 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 drei, zwei, drei, zwei, linke Hand, auf den Oberschenkel, vor das Bein strecken, sechs, sechs, vier, hoch, komm langsam, streck, atme auf, gerade rücken, komm tief, steck die Hüfte, noch ein Stückchen weiter, nach hinten schießen, komm tief, dehnen, jawohl, Durchatmen, das hinteren Knüssen leicht befolgen, blick nach vorne, nochmal, vier und strecken, drei, große Bewegung, die letzte zwei, hopp, einmal noch, komm in die Mitte, vor den Tatsch, schieb die Arme nach hinten, die letzte Fall wieder holen, Beugen, strecken, Felser auf den Boden, acht zum Schluss, lieb, sieben, sechs, fünf, zwei, vier, drei, zwei mehr, geschafft, richte dich auf, Stück für Stück, Arme gehen nach oben, Atme aus, beug dich vor 90 Grad, strecken, die Hüfte mitnehmen, mit geradeten Kreuzheben, tief, tief, komm hoch, atme aus, mach dich kurz, beugen, strecken, Deine Knie sind leicht gebeugt, nochmal, vier, komm hoch, drei, lange Arme, zwei mehr, hopp, letztes Mal, wir laufen nach vorne, kommen in die Stiftposition, Bauch, Bauchnabel anziehen, lauf zurück, richte dich auf, tief, flex, Beine sind gestreckt, komm zurück, streck die Beine durch, lauf, lauf, Stück, zurück, komm auf die Zehenspitze, die Felsen nach hinten schieben, Bauch und deine Hüften, eine Linie bleibt, vier, vier noch, Stück, zurück, komm hoch, drei mehr, zwei Wiederholungen, Hände unten schieben, letztes Mal, unten blanch, halb die Spannung, Mitte rechts, langer Schritt, Rumprotation, schau nach oben, Bein wechseln, links, auf, schließen, Stück, mal rechts, öffnen, schließen, schau nach oben, Arm strecken, zu dick drücken, öffnen, vier noch, langer Schritt, Drei mehr, hopp, zweimal, das hintere Knie ist durchgestreckt, letztes Mal, nach vorne, lauf, richte dich auf, Kopf geht der Letzte, kreist die Schulze, die Beine locken, tief aussagen, trink was, wenn du brauchst, trockne dich ab, mit Miniband fangen wir an, die erste Ebung, magst du bereit, das Miniband über den Knie bleiben, schön anziehen, öffne die Füße, zehn Spielen gleich nach außen, Bauchnabel anziehen, lass die Schulter tief, Hände sich vorne, deine Knie sind gleich geborgen, richte dich auf, halte die Spannung, wir spielen die Oberschenkel, wir spielen hoch, acht, komm nach rechts, marschieren, vier Schritte, setz dich, streck, boh fest, komm tief, marschieren, vier Schritte, beugen, spannen, setz dich, lauf, lauf, viermal, tief, streck, zurück, nochmal, langer Schritt, Gegenwand drücken, füge die Knie nach außen, die Arme dazu, marschieren, marschieren, jawohl, setz dich, hopp, boh fest, spannen, lauf, durchatmen, bleib dran, vier Schritte, langer Schritt, setz dich, hopp, lauf zurück, das Knie nach außen, drücken, beugen, streck, alter Körper fest, lauf, gleich geschafft, zurück, vier noch, bleib bei mir, zurück, lauf, immer mit gleichem Tempel, strecken, hopp, zurück, drei, lauf, setz dich, spannen, komm zurück, zwei noch, bleib bei mir, wir spielen Beine, wir spielen vor, komm tief, zurück, lösen, Beine locken, Miniband, über den Sprunggelenkbleib, schließ die Füße, Bauchnabel anziehen, deine Knie sind leicht gebeugt, Oberkörper schön fest, Hände auf deine Hüste, Achtung, mit rechts, öffnen, öffnen, nach außen, Bein, Knie leicht gebeugt, aus der Hüfte kommen die Kraft, jawohl, auf, schließen, atme nicht vergessen, ganz easy, jawohl, Bein seit heben, wenn du schaffst, nicht absetzen, haltet die Spannung, Blick nach vorne bleib, öffnen, öffnen, ruhig atmen, beides, die leicht gebeugt bleiben, jawohl, bleib bei mir, nochmal, acht, sieben, sechs, fünf, nach, vier, drei, zweimal, gleiche Seite wechseln, mit links, auf, alles fest, mach deine Bewegung größer, zack, zack, Fuß anziehen, mehr Bauchspann, komm, komm, auf, 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 bleib dran, das sind nur ein paar Sekunden, ganz easy, Schulterbleiben, die letzte, acht, sieben, sechs, fünf, noch, vier, drei, zweimal, Gäscher, lösen, komm auf die Matte, in Rückenlage, Miniband, über deine Knie bleib, Schulter auf der Matte, Kopf auf der Matte, Achtung, Hüftschmalstand, die Füße sind gerade, mit Knie nach einer Liebung, Zehenspitzen nach vorne bleib, Handfläche nach oben drehen, leg die Arme ab, Schulter sind tief, heb die Hüfte, öffnen, schließen die Beine, langsam tief, aber nicht ablegen, oben schließen, bremsen, Gegenbahn drücken, jawohl, Hopp, öffnen, schließen langsam tief, mit Aussagen, Füße auf der Matte, Schulter auf der Matte, ganz wichtig, wir spinnen Rückseite, wir spinnen vor, auf, schließen, nicht absetzen, Knie nach außen drücken, jawohl, Hopp, Hopp, durchatmen, das schaffst du, mach deine Bewegung größer, heb die Hüfte, noch ein Stückchen höher, Brücke halten, die letzte, acht, sieben, fünf, sechs, neun, fünf, vier, drei, zweimal, letztes Mal, lösen, zieh die Knie an, Rücken, bleib auf der Matte, streck die Beine durch, die Füße anziehen, Bauch schließt, spannt, lass die Arme gestreckt, Achtung, öffne die Beine, Handfläche nach vorne drücken, heb die Schultern, heb den Kopf, wir spinnen die obere Bauchmuskulatur, schließen, kurz vom Boden halten, die untere Bauchmuskulatur dazu, öffne die Beine, Arme drücken, schließen, schieb die über den Kopf, hopp, hopp, heb, bremsen, langsam zieht, heb die Beine hoch, die Füße anziehen, Rücken auf der Matte, schieb nur die Schultern, ohne Halt zu machen, zieht mit dem Bauch, jawohl, nach vorne weit, die Hände drücken, bleib in der Bewegung, noch ein Stückchen höher, wir spinnen die Rumpfmuskulatur, komm, 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 acht mehr, heb die Beine, sieben, sechs, es soll schon brennen, fünf mehr, drei, zweimal, letztes Mal, geschafft, löst, die Beine locken, tief ausatmen, setz dich hier mit Schwung, ich hoffe, es geht dir gut, wenn du brauchst, Klinge wachst, steh langsam auf, komm, die zweite Runde, nochmal das Gleiche, öffne die Füße, zieh dich leicht nach außen, über deine Knie bleiben, Bauchnabel anziehen, die Schultern sind tief, Achtung, komm nach links, Lauf, vier Schritte, setz dich, Popo fest, komm zurück, lauf, weit nach außen, Beugen, strecken, setz dich, öffne die Füße, Gegenbahn drücken, tief, atme aus, komm zurück, Laufen, langer Schritt, dein Rücken ist geraten, jawohl, eigenes Step, beugen, strecken, tief, zurück, bleib da, lauf, setz dich, hopp, nimm immer noch leicht nach außen, jawohl, tiefer, das schaffst du, marschieren, wir machen nur zwei Runden, bleib in der Bewegung, gleich geschafft, hopp, hopp, setz dich, streck, tief mit dem Vor, gerade rücken, öffne die Füße, hopp, hopp, beugen, strecken, tief, lauf zurück, Endsport, nochmal vier, hopp, beugen, drei mehr, tief mit dem Vor, zweimal, letztes Mal, lösen, massieren, lass die Minibahn drüber deine Sprunggelegenheit, deine Füße sind geschlossen, knies im Fleisch gefolgt, Bauchnabel anziehen, Hände auf deine Hüfte, halte die Spannung, Schulterblätter zusammen, Mitte links, öffne, schließe, weit nach außen, gegen die Wand drüber, hopp, Fuß anziehen, auf sie, auf sie, deine Knie sind leicht gefolgt, tiefer mit dem Vor, zack, anziehen, aus der Hüfte kommt die Kraft, mach deine Bewegung grüßt, atme aus, atme aus, jawohl, hopp, hopp, das schaffst, Blick nach vorne, Großbein nach vorne bleiben, nochmal acht, öffne, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, zwei, noch, letztes Mal, rechts, öffne, knie leicht gefolgt, mehr Bauchspannen, schau zu mir, jawohl, hopp, hopp fest, bleib dran, zack, zack, wir spinnen in den Seiten, wir spinnen vor, dein Lücken ist immer noch gerade, durchatmen, nicht vergessen, öffnen, bleib stabil, muss nicht absetzen, halte die Spannung, entspannen, die paar Sekunden noch, komm, komm, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zweimal, geschafft, lösen, komm, komm auf die Matte, Rückenlage, dein Mini-Bang, über die Knie bleibt, Füße mit Knie und Hüftgelenk in einer Linie bleiben, Schulter auf der Matte, Kopf auf der Matte, Handfläche nach oben, leg die Arme ab, Bauchnabel anziehen, Hebe die Hüfte hoch, Popo fest, schließen, langsam tief, offen, schließen, bremsen, hopp, Füße auf der Matte, tief und hopp, lang, jawohl, Öffnen, 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 die Beine, heben, offen, schließen, bremsen, Popo spannen, jawohl, Knie gegen die Bahn drücken, Brücke halten, jawohl, Bauch mit deiner Hüfte in einer Linie bleiben, Nicht absetzen, auf sieh, hopp, schau nach oben, durchatmen, hopp, hopp, bleib bei mir, Endspurt, acht mehr, sieben, sechs, fünf, vier noch, drei, zwei mehr, Letztes Mal, lösen, zieh die Knie lang, streck die Beine durch, Füße anziehen, die Arme sind gestreckt, Öffne, Hände nach vorne drücken, Schultern sind hoch, schließen, langsam tief, halten, heb die Beine hoch, zieht mit Bauch, drück die Arme nach vorne weit, schließen, tief, Atme aus, heben, drücken, schließen, Füße anziehen, zack, Hebe die Schultern, heb den Kopf, die Arme sind lang, heben, offen, schließen, bremsen, jawohl, Gleiches Tempo, streck die Beine durch, wir spüren die untere Bauchmuskulatur, die obere dazu, hopp, tief, heb, offen, schließen, noch ein paar Zentimeter vom Boden, mach deine Bewegung groß, Acht, komm, hoch, sieben, yes, sechs, noch, es soll brennen, fünf mehr, die Arme sind gestreckt, vier, hopp, drei, gib Gott, zweimal, jawohl, letztes Mal, lösen, Beine locken, tief, ausatmen, stellst dich hin mit Schwung, zieh dein Miniband aus, richte dich auf, wir brauchen kurz Handel, trinkt was, trockne dich ab, mach dich bereit, nächste Power Block, ein bisschen Gewinn, kurz Handel oder Wasserflaschen, ich hoffe, geht's sehr gut, öffne die Füße, Bauchnabel anziehen, die Schulter sind tief, achte, halte dich schwank, Gewicht umsetzen, drehe die Ellbogen in die Mitte, Beine kreuzen, streck, beugen, streck, öffne die Füße, hopp, Oberarm dazu, langer Schritt, folgt das Knie, fressen die Luft, schau nach vorne, auf den Kreuz, hopp, und wechsel, jawohl, die Hüfte bleibt stabil, schräge Ausfallschritt, lass die Ellbogen nach vorne, jawohl, tiefer, tiefer, tiefer mit dem Korn, sag, hopp, durchatmen, schau zu mir, lange Arme, hopp, acht mehr, drei, 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 sieben, sechs, noch, komm, kipp, fünf, hopp, hopp, vier, jawohl, drei Mal, zweit, letztes Mal, bleib in die Mitte, Schulter sind tief, lass die Arme gestreckt, Bauchnabel anziehen, weite Spur 90 Grad, öffne, schließe, Kreuz heben, weite Spur, öffne, schließe, streck dein Rück München, sein Weg, schleich weg, Gotts, weil dich noch, und aus und stehen, Arm hoch, Latten, brauche, ah, hopp, bau, warte Laaren, schau nach vorne, grad schlock nach vorne, auf, streck dein dumbbell说, Ich schluss, ich schluss, ich schluss, ich schluss,散gelsefe von den Schluß, und schluss, ich schluss, in der Falle, die ist nicht nach. Ich schluss, ich schluss, ich schluss, ich schluss, ich schluss, dass ich schluss, in der Falle war. Stoiche 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 7 Jawohl 6 2 2 fünf, fünf, vier, drei, zwei, letztes Mal, komm auf die Matte in die Stützposition, Hände unten, Schultern bleiben, lass die Füße offen, Bauchnabel anziehen, schieb dich weit nach vorne, Schultern sind tief, achten, mit rechts, ziehen, strecken, ziehen, strecken, wir drehen uns nicht, streck die Beine durch, zack, zack, Blick vor deine Matte, Ellen und Enkel, Gewicht zur Frust, zieh, zieh, atme durch, zack, jawohl, halte dich spannend, dreh die Ellenbogen in die Mitte, schieb dich weg vom Boden, die Schultern sind tief, zieh, Füße breit, zack, und wächst, zack, Bauchnabel anziehen, noch ein paar Sekunden, komm, komm, acht, und sechs, sieben, atme durch, sechs, komm, komm, fünf noch, vier, jawohl, drei, zwei Wiederholungen, letztes Mal, lösen, komm, in die Vierfüße zur Standposition, Hüfte nach vorne schieben, heb die Füße, Bauchnabel anziehen, Bogen tief, durchschalten, beug die Arme, strecken, Legerstütz, Bauchnabel anziehen, mit Frontheb, push, ab, hop, Mitte, beug die, strecken, komm, hoch, jawohl, die Ellenbogen gehen nicht nach außen, die bleiben vorne, eng an den Oberkörper, Hals ist durch, immer die Hüfte mitnehmen, push, ab, hop, heben, acht Mal noch, Beug, komm, hoch, sieben, die Arme sind lang, sechs noch, komm, komm, fünf mehr, yes, letzte vier, dreimal, das schaffst du, zwei Wiederholungen, hopp, einmal, geschah, lass die Hände auf dir machen, schieb dich zurück, dein Rücken ist lang, streck die Beine durch, komm, schau, richte dich auf, geht's dir gut, komm, die zweite Runde und die letzte, nochmal das Gleiche, trink was, mach dich bereit, die letzte, vier Eifungen zum Schluss, eigenes Tempo, das schaffst du dir, das Schlimmste gleich vorbei, Ausgangsposition, schnapp das Gewicht, öffnen die Füße, wir sind gleich gebeutet, Gewicht geben, umsetzen, Mitte links, Beine kreuzen, strecken, beuten, strecken, schenken, hopp, jawohl, Oberarm dazu, Blick nach vorne, die Füße, die Füße, jetzt, Füße der Luft, schräge Ausgangsposition, gibt die Arme, die gehen nicht nach außen, die bleiben vorne, so, so, das Schatz, Acht mehr, noch Seite, sieben, atmen durch, sechs, super, fünf noch, jetzt, vier, die letzte drei, zwei Wiederholungen, wir spüren die Beine, wir spüren die Arme, letztes Mal, in die Mitte bleiben, Füße sind leicht offen, Schulter sind tief, beug dich vor, 90 Grad, öffne, schließe, kreuzheben, beug dich vor, hopp, hopp, strecken, popp, spannen, dein Rücken ist gerade, schau nach unten, hopp, tief, und strecken, Knie leicht gebeugt, hebe die Schuhe, ja, beug dich vor, strecken, vorne nach hinten schieben, Schulter sind tief, sehr gut, öffne, schließe, strecken, atmen nicht vergessen, lange Arme, hopp, hopp, das schaffst, bleib in der Bewegung, Endspurt, acht mehr, hopp, sieben, strecken, Hüfte, sechs, Fünf, noch, gerade rücken, vier, jawohl, drei, zwei mehr, letztes Mal, Arme, drei, komm in die Stützposition, Hände unten, Schulter, öffne die Füße, Bauchnabel anziehen, komm, stichst mehr nach vorne, mit links, ziehen, strecken, wechseln, Hüfte, bleib stabil, wir drehen uns nicht, streck die Beine, streck die Arme, zieh, wir schwimmen die Augenmuskulatur, mehr Spannung, wir wackeln nicht, schieb dich weg vom Boden, blick vor deine Matte, bleib, die Füße breiter als die Schulter, so dass du Gleichgewicht hast, hopp, hopp, noch mal, acht mehr, Mal links, mal rechts, sieben, durchatmen, sechs, bleib bei mir, fünf, vier noch, bist du noch dabei, die letzte drei, beiß dich durch, zwei Wiederholungen, einmal, lösen, komm auf die Knie, Hüfte, schmale Stand, Hüfte nach vorne schieben, gib die Füße, Bauchnabel anziehen, die Arme beugen, drücken, Front heben, Mitte, push, ab, hoch, beugen, strecken, zack, geht die Arme, im Wechsel, Hüfte immer nach vorne schieben, ohne Holpett zu machen, dein Rücken ist gerade, die Ellbogen näher in die Mitte drehen, wenn du schon die letzte Übung, push, ab, hopp, mal links, mal rechts, bleib dran, zweit, schieb dich weg vom Bord, noch ein Stückchen tiefer, Ellbogen nicht nach außen, fliegt zur Masse, bleib, entspult, acht, hopp, sieben, heben, heben, sechs, jawohl, fünf noch, beiß dich durch, vier, drücken, drei, komm, komm, die schlimmste zwei, einmal noch, geschafft, schieb dich zurück, streck die Hüfte nach hinten weit, die Arme sind lang, bleib auf der Masse, tief ausatmen, wir haben es geschafft, jetzt kannst du dich entspannen, pull down zum Schluss, die gemütliche Teil, die Arme sind lang, komm auf die Zehen, ein bisschen strecken, die Beine durch, komm, fang, dehnen, Felsen, zum Nade ziehen, die Hüfte zu dick drücken, lange Rücken, Kopf bleibt tief, das Knie beugen, strecken, Beine dehnen, tief ausatmen, Achtung, mit rechts, lange Ausfallschule, lass die beiden Hände nach links, schieb dich weg von vorne, schieb leicht vor, zurück, dein Rücken ist gerade, schau nach vorne, das hintere Knie ist durchgesteckt, vor, zurück, wir spielen leichte Dehnen, achte, das hintere Knie, leicht folgt, Fuß abliegen, schieb mal rechts, mal links, die Hüfte, und wenn du es schaffst, komm, eine Tasche tiefer, und den Arm schieb, schieb mal rechts, mal links, die Hüfte, ganz langsam, die Bewegung, und dann legt, bleib kurz hier, richte dich auf, steck das hintere Knie durch, mit rechts, üffn, Hand zu drehen, Hals, Stück für Stück schließen, steig zurück, schließe die Füße, Füfte zur Decke drücken, die Fäße in die Matte drücken, das Knie mal beugen, mal durchstrecken, gleich die Seite wechseln, mit links langer Ausfallschritt, lass die beiden Hände nach rechts, halb, streck den Rücken, schau nach vorne, schieb leicht vor, zurück, streck das Hinterknie durch, Bein dehnen, ganz sanfte Bewegung, vor, zurück schieben. Wenn du schaffst, das hintere Knie beugt, Fuß abliegt, schieb mal rechts, mal links, mit links, mobilisier dein Hützgelenk, komm eine Tatsche tiefer und den Armstücksfall, schieb mal rechts, mal links, mit links, Lauf zurecht, richte dich auf, mit links, Rotation, schau nach oben, Arm auf, öffne dein Hütz, flieg zu wenig, bleib, halt. Langsam schließen, steig zurück, letztes Mal, deine Knie sind durchgestreckt, nach vorne laufen, Richtung deiner Hände, schlieb die Füße, ob er am greifen, das Knie mal beugen, mal durchstrecken, Dreh dich mal rechts, mal links, dein Rücken ist rund, Kopf hängen lassen, Stück für Stück, richte dich auf, Kopf geht der Letzte, steh langsam auf, die Arme locken, öffne die Füße, Öffne die Arme, zieh die Schulterblätter zusammen, lass die Arme gestreckt, rechte Arme zwischen deine Schulterblätter, damit die Linkserlebung nach unten zieht, ob er am dehnen, und die Seite wechselt, Lösen, die Arme locken, mit rechts, nach links, kräftig drücken, schau nach oben, die Schulterblätter, und wechseln, Lösen, lass die Füße auf, breiter als die Schulter, schließ die Arme vorne, das rechte Knie, voll, vor nach hinten schieb, setz die Schieb, fest auf den Boden, drück das Knie nach außen, bleib hier, wenn du schaffst, öffnen, schieb leicht vorzurück, die Innenseite drücken, ganz anstrengen, vorzurück schieb, und die Seite wechseln, links, wenn du schaffst, öffnen, schieb leicht vorzurück, fest bleib auf dem Boden, einmal noch, komm über die Mütze, beugen, aus, achten, setz dich hin, das ist noch angenehm, schieb nach vorne, steh auf, komm tief, heben, hopp, setz dich hin, mehr Bauchspannung, vier noch, setz dich, drei, Ziffer, zwei, hopp, einmal, oben bleib, halten, Beine wechseln, bleib hier, Schulter sind hübsch, selbst geschieb, noch angenehm, schieb nach vorne, hopp, und steh auf, beugen, heben, schau nach vorne, tief, hopp, gerade rück, vier noch, setz dich, drei, zwei, letztes Mal, kommen Sie mit, streck die Arme, steck die Beine durch, dreht die Felsen nach außen, rechte Fuß, drei, Kopf zum Knie ziehen, Hals, linker Fuß, Kopf zum Knie ziehen, in die Mütze, in die Mütze, streck die Arme durch, Stück für Stück, schließ die Füße, beug deine Knie, greif die Sprunggelenke, richte dich auf, Kopf geht der Letzte, Arme locken, Beine locken, durch die Nase, einatmen, durch den Mund, Atme aus, einmal noch, letztes Mal, und Aluf, raus. Vielen, vielen Dank, wir haben geschafft, ich hoffe, bist du zum Ende geblieben, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, und bis zum nächsten Mal. Ciao.